hallo und herzlich willkommen zum heutigen video am anfang diesen jahres habe ich so ein kleines vorschau video gemacht was ich mir für das jahr 2021 für meinen kanal gewünscht habe habe ich ein paar informationen gegeben was ich vorhabe im kanal da war zum beispiel die ankündigung über diese videoserie über mein apple macbook air m1 dann war die ankündigung über die serie die auch jetzt ja noch läuft und auch nächstes jahr noch läuft über meinen ford kuga plug-in hybrid wo ich ja sehr sehr viele videos gemacht und ich hatte mir gewünscht ich hatte anfang des jahres etwa 4000 abonnenten und hatte mir in diesem video gewünscht wenn ich die zahl verdoppeln könnte also 8000 abonnenten dieses jahr 2021 hätte wäre das ganz ganz toll ich habe sie jetzt schon das heißt nach einem dreiviertel jahr habe ich schon 8000 abonnenten wofür ich mich wirklich absolut bedanken möchte bei allen natürlich die diesen kanal unterstützen die diesen kanal abonniert haben aber auch für jeden der diese filme die ich hier meinem kanal habe sich anschaut ich habe 2021 sehr viel zeit und sehr viel herzblut auch muss ich sagen und auch geld investiert in den kanal und wird mir jetzt wünschen da wir jetzt noch drei monate vor uns haben dass ich vielleicht einfach ein neues neuen wunsch äußern dürfte na klar wünschen darf man sich im prinzip ja alles und zwar ich finde es toll wenn ich bis ende des jahres wenn der kanal oder wenn wir es schaffen bis ende des jahres dass der kanal vielleicht fünfstellig wäre das heißt wenn wir 10.000 abonnenten bekommen könnten das wäre natürlich eine geile nummer und deswegen würde ich wirklich jeden bitten selbst die leute die jetzt hier abonniert haben die sagen sich jetzt ja gut ich kann ja nicht noch mal abonnieren ist klar aber ihr könnt zum beispiel den kanal auch mal empfehlen ihr könnt vielleicht mal so ein bisschen in den sozialen medien mal irgendwas reinschreiben das sind eigentlich nur zwei drei klicks die ihr machen müsst wenn ihr den kanal abonniert habt findet ihr ihn gut gehe ich mal davon aus und insofern könntet ihr ihn vielleicht auch so ein bisschen teilen ich habe so viele verschiedene themen hier im kanal die ich behandle da wird sicher bei jedem irgendwas dabei sein was man so empfehlen kann das wäre toll und jeder der ihn noch nicht abonniert hat und jetzt hier dieses video sieht bitte gibt mir ein abo und auch hier empfehlt einfach den kanal weiter vielleicht klappt das ja mit den 10.000 bis ende des jahres das wäre wirklich eine super schöne sache für die 8000 möchte ich hier in diesem video eine kleine verlosung machen das heißt ich möchte hier sechs kopfhörer verschenken die ich in den letzten wochen getestet habe kurzes unboxing gemacht beziehungsweise habe von den teilen habe sie miteinander verglichen weil es sind teilweise sind es von sind teilweise von on audio hier von ok einmal von hamlin das sind kopfhörer die ich auch miteinander verglichen habe das heißt also in ihr kopfhörer klar die wir so kleine knöpfe die wir ins ohr reinstecken haben wir hier und dann haben wir hier over ihr kopfhörer einmal wireless das heißt also sogar auch mit externen mikrofonen wo man also draußen die die lautstärke entsprechend auch noch mal einstellen kann also wireless da kann man mit telefonieren dann haben wir hier kabel getriebene also auch studio qualität audio studio pro also das sind wirklich schöne geschichten sind jetzt keine für 3 400 euro pro stück das geht das geht nicht das wäre auch jetzt nicht passend für meinen kanal aber sind alle welche die wirklich sehr 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 gut von der von der klangqualität hier sind ich habe sie nur ja ein paar mal getestet letztendlich und habe sie corona konform gereinigt also wirklich sehr sehr ordentlich wieder sauber gemacht würde ich euch rausschicken dann zu jedem dieser sechs gewinne würde ich wenn ihr meinen kanal kennt wenn er mich so ein bisschen kennt wisst ihr ich habe auch ein paar bücher geschrieben unter anderem hier zwei romane einmal roman anna und die engel vom jakobsweg und einmal den roman smile das ist so ein roman den ich nach dem tod von michael jackson über michael jackson geschrieben habe natürlich erfunden klar das sind romane ja meistens auch die würde ich jeweils einen entsprechend dazu tun wenn ihr eine präferenz habt wenn ihr welchen einen bestimmten haben möchte von diesen kopfhörern hier könnt ihr das gerne zu eurem kommentar drunter schreiben den ihr bitte unter das video hier schreibt und dann könnt ihr auch dabei schreiben ob ihr einmal anna oder einmal smile haben möchtet einfach drunter schreiben ich versuche das dann entsprechend so möglich zu machen also sechs gewinne gibt es die teilnahmebedingungen entnehmt ihr bitte der artikel quatsch artikel beschreibung der video beschreibung das heißt ich setze euch das genau hin wann die verlosung anfängt wann also wie lange man sich da bewerben kann bis zu welchem zeitpunkt wie ich das dann verlose und so weiter da muss man ja alles genau drauf schreiben das setze ich alles als text unter die video beschreibung drunter ich würde mich freuen wenn ihr bei der verlosung rege mit teilen beziehungsweise mitmachen würdet und dann eben auch teilen was das zeug hält und das würde mich freuen und dann bin ich mal sehr gespannt ob wir jetzt in den nächsten in den letzten drei monaten diesen jahres ja 21 hat uns ja wieder viele überraschungen gebracht ob wir das dann schaffen vielleicht meinen kanal fünfstellig werden zu lassen ich würde es mir wünschen ich danke euch jetzt schon für die unterstützung und meines kanals und ich wünsche euch eine super gute zeit würde mich freuen wenn wir uns hier zum nächsten video wiedersehen würden bleibt gesund macht gut tschüss